Schon seit vielen Jahren hat Lottie Latrus das Elend vor Augen. Durch daran gewöhnen konnte sie sich nie. Dann geht es mir so schlecht, dass ich nichts mehr sagen kann. Ich könnte nur noch brauen. Ihr Herz schlägt für die Ärmsten in der Elfenweinküste. Tausende Menschen konnte sie schon vor dem Tod retten. Ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich will ja gar nicht. Eben, weisst du, den kleinen Tropfen auf den heissen Stein. Den retten wir. Und dann geht's. Nicht um den ganzen Ozean. Seit 23 Jahren lebt die Schweizerin im Slum von Abidjan. Vieles ist seither geschehen. Was sich alles in ihrem Leben verändert hat, davon handelt diese Reportage. Es war 2009, als ich die Schweizerin zum ersten Mal in Afrika besuchte. In ihrem damaligen Centre Lesbois nahm sie Waisenkinder auf, deren Eltern an Aids gestorben waren. Auch ein Ambulatorium gehörte zum Hilfswerk, wo Kranke gratis behandelt wurden. Für Schwerstkranke führte die Schweizerin ein Sterbehospiz. Sie haben ja auch Tuberkulose gehabt. Haben Sie auch nicht Angst, dass sie wieder Tuberkulose haben? Sie sind ja täglich mit diesen Leuten zusammengegangen. Ja. Aber ich kann nicht einfach aufhören zu arbeiten, weil ich Angst habe für etwas. Doch dann wurde sie 2016 fast dazu gezwungen, ihr Lebenswerk aufzugeben. Das Centre Lesbois ist heute eine Ruine. Wir mussten gehen, weil der Staat gesagt hat, dass der Flugplatz vergrössert werden sollte und dass da Strassen durchgehen. Ich weiss nicht genau, was wir machen wollten, aber wir haben dann ein offizielles Dokument bekommen, das wir gebeten worden sind, zu gehen. Asis Latrouz ist Lottis Ehemann. Es fällt ihm schwer, an jenen Ort zurückzukehren, wo einst vielen Leuten geholfen wurde. Ich bin traurig. Jetzt ist alles zerstört. Ich dachte, andere Leute könnten es nutzen. Aber es kamen Drogenhändler. Sie verkauften in der Nacht Drogen, Haschisch, Tabletten und LSD. Dann kamen die Bulldozer der Regierung. Ich habe mir Sorge gemacht, weil ich nicht wusste, woher ich das Zentrum anders installiere. Das ist mir schon etwas schwergelegen. Und gerade von den Leuten, als ich 18 Jahre mit den Leuten zusammen war, ja. und ich habe mich nicht mehr verletzt. Obwohl sie den Slum schon vor sechs Jahren verlassen hat, bleibt sie als Schutzpatron im Präsent. Vous allez bien? Et me d'enfant? Hey! Ca va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Que vous vous protège. Voila! Voila! Bonjour! Merci! Bonjour! Sie sind ja da richtigen Star. Nein, ich würde nicht sagen Star. Wir haben uns gerne. Zum Glück geht diese Geschichte weiter. Nach langem Suchen fand das Ehepa Latrus eine neue Heimat. Sie liegt in einem Vorort von Abidjan und heisst Centre Lesbois Aju Fou Bassam. Dann habe ich angefangen, Land zu suchen. Ich wollte wieder ins Leben zurück. Dann habe ich Land gesucht und Land gesucht. Wir haben einen afrikanischen Freund, der uns geholfen hat. Dann hat er ein Landstück gefunden, das er mir gezeigt hat. Dann habe ich gesagt, das ist ja sumpfig. Aber ich habe gesehen, dass hinter diesem Gebiet ein Slam hat. Da wollte sie unbedingt hin. Aber das sumpfige Land musste zuerst trockengelegt werden. Das war dann die Aufgabe von Ehemann Assis, einem passionierten Bauingenieur. Es gab viel Wasser hier. Niemand wollte etwas machen. So haben wir Pfähle in den Boden gerammt, um ein Fundament zu konstruieren. Darauf bauten wir das neue Centre. Das war teurer als eine normale Konstruktion. Aber wenigstens konnten wir das Grundstück nutzbar machen. Und wenn man sich umschaut, wir sind umgeben von einem Slum. Lotti ist sehr glücklich, dieses Grundstück gefunden zu haben. Lotti ist sehr glücklich. Lotti ist sehr glücklich. Lotti ist sehr glücklich. Lotti ist sehr glücklich. In seinem Berufsleben leitete Assis zahlreiche Projekte. Heute ist er der Technikchef des Hilfswerks. Ich mache das mit Leidenschaft, das ist klar. Aber gleichzeitig bringe ich den Leuten das Handwerk bei. Ich werde alt, ich bin 74-jährig. Vermutlich werde ich bald seltener hierher kommen. Deshalb muss ich mein Wissen weitergeben. Sehst du, wie gut er das macht? Er nimmt Leim und so hält es besser. Das neue Centre wurde im Januar 2017 eröffnet. Es gibt über 50 Personen eine neue Heimat, darunter 35 Waisenkindern. Tu vas bien? Salut les Garçons! Tout le monde va bien? Ja. Regelmässig kommen Jugendliche zu Besuch, für die Lotti eine Ersatzmutter ist. Es sind Waisenkindern, die im Centre aufgewachsen sind. Das sind meine Kinder, die so klein waren, als du vor zwölf Jahren das letzte Mal kamst. Das ist Adama. Von dem hast du eine grosse Aufnahme, als er zehn Jahre alt war. Und heute ist er so gross. Adama! Ja. Zwölf Jahre zuvor. All diese Waisenkinder fanden Zuflucht bei Lotti. So auch Adama, der Bub mit der blauen Tasse. Ja. Das sind das für Kinder? Das sind auch unsere Waisen-Aids-Kinder, die kleinen, also die mittleren. Wir haben dann die Baby hier und dann sind das die mittleren. Ganz kleine, die erst gleich angekommen sind. Das ist auch ein totales unteren Herzkind. Und dieser Bub, der tut einfach chronische Symptome, der nuckeln. Und wir mussten ihn sogar einbinden, weil, sehen Sie, er ist ganz ... Jetzt müssen wir ihn wieder anfangen zu einbinden. Das ist wirklich ... Das ist ganz, ganz schwer, so ein unternährtes Kind. Und er wird sicher chronische ... Neurologische Schäden haben. Wenn man in zwei Jahren nichts zu essen bekommt, dann kann sich überhaupt nichts entwickeln und auch das Hirn nicht. Das ist der Jérémy. Jérémy, tu viens? Salut, mon grand. Tu vas bien? Das ist der Bub, der den Daumen genuckelt hat. Er war etwa anderthalbjährig. Et puis que t'es un grand aujourd'hui, non? Et puis que t'es gentil, non? Voilà. Er lebt immer noch da. Er geht aber in eine spezielle Schule. Er ist sehr intelligent. Er versteht alles, was man ihm sagt. Er arbeitet gerne. Alle, die bei L'Otilatrus aufgewachsen sind, machen heute ihren Weg. Dank ihrer finanziellen Unterstützung. Ange macht der Patisserie Lehr. Boris geht in die Schule. Laurent macht den Koch Lehr. Und Adamat ist ein politischer Student. Er studiert Politik. Aber er will nachher rüber auf Psychologie. Ich kam sterbend hier an. Ich war neun Jahre alt und war nahe am Tod. Mir wurde Liebe gegeben. Herzlichkeit, Anerkennung. Teilen habe ich hier gelernt. All das. Auch Pflege und Ausbildung habe ich erhalten. Einfach alles. Les soins, l'éducation, tout. Das Hilfswerk von L'Otilatrus ist heute grösser denn je. Auf dem über 7'000 m2 grossen Gelände gibt es, wie schon am alten Ort, auch ein Ambulatorium. Bis zu 250 Hilfesuchende kommen täglich hierher. Medikamente und medizinische Beratungen sind gratis. Moderne Apparaturen und ausgebildetes Pflegepersonal unter Leitung von drei Ärzten betreuen die Kranken. Die Geräte sind eine Spende der Schweizer Eidgenossenschaft. Die 5-jährige Mariam litt an einer Entzündung des Gehirns. Daraus entwickelte sich ein Wasserkopf. Nun soll dem Mädchen Blut entnommen werden. Doch es klappt nicht. Sie hat zu wenig davon. Viermal wurde Marian bereits operiert. Ihr Zustand besserte sich nicht. L'Otilatrus muss der Mutter noch mitteilen, dass es für ihr Kind keine Hoffnung mehr gibt. Glaubst du an Gott, Mama? Betest du? D'accord. Du hast noch zwei andere Kinder. D'accord. Wenn Gott uns ein Kind schenkt, leite er es uns nur. Er schenkt es uns nicht. Manchmal sind die Pläne des Herrn anders. Gott wird sie bald zu sich rufen, damit sie aufhört zu leiden. An seiner Seite wird sie Frieden finden. Dann gibt es kein Leiden mehr. Ich habe nichts mehr zu tun. Wie ist das für Sie, eine solche Nachricht zu überbringen? Schlimm. Aber ... Darum frage ich mich immer, zuerst zuerst, ob sie eine Muslime ist. Zuerst frage ich mich immer, ob sie an Gott glaubt. Wenn sie mir sagt, was zu 99,5 % so ist, weil die Leute einfach gläubig da sind, dann kann ich wenigstens Gott zur Hilfe nehmen. In diesem Fall ist es für mich einfacher, an einer Mutter die Wahrheit zu sagen. Weil sie schon auf dem Weg ist, sie weiss schon, dass ihr Kind später oder früher einmal stirbt. Aber es ist immer wieder schwer. Es ist immer wieder schwer. Nur wenige Tage nach diesem Gespräch hat Marianne diese Welt verlassen. Die Armut, die Sie täglich sehen, kostet Sie nicht wahnsinnig viel Kraft? Ja, aber ich habe das Gefühl, ich komme es immer wieder neu rüber. Ich habe das Gefühl, wenn immer so etwas wirklich Schwieriges kommt, kommt nachher irgendetwas, was uns glücklich macht, was uns sagt, und sagt, hey, weitermachen. 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 Rund um Lottie Latrussoase breitet sich das Elend aus. Sie nimmt Adama mit für einen Rundgang durch den Slum. Der heute 22-Jährige kam als Waisenkind ins Hilfswerk und wuchs dort auf. Ich nehme etwa die Kinder mit in diese Quartiere, damit sie wissen, wie es in der Realität aussieht. Von dort, wo sie eigentlich herkommen, sich aber nicht erinnern können, weil es zu klein waren, wo die Eltern gestorben sind und sie zu uns gekommen sind. Und sie müssen einfach wissen, was sie bei uns haben, was für ein Glück bei uns haben, trotz oder vor allem wegen Aids bei uns zu sein, bei uns alles bekommen, was sie bekommen. Wenn wir alle die Kinder sehen, die überhaupt keine Hoffnung haben und überhaupt kein Morgen haben, sie müssen das für später wissen. Fast die Hälfte der Einwohner in der Elfenbeinküste lebt unter der Armutsgrenze. Hunderttausende haben nicht genug zu essen und keine Arbeit. Das berührt mich sehr. Leute zu sehen, die so leben müssen, das treibt mich an, hart zu arbeiten, um vorwärts zu kommen. Darum möchte ich im humanitären Bereich tätig sein, um Leuten zu helfen, die so in Armut leben, wie ich es auch hätte tun müssen. Ich bin in der gleichen Situation als ich. Viele haben keinen Strom. Es mangelt an sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Das ist so ein Hof, oder? Darum sagt man ein Hof. Ein Hof ist ein Innenhof, der umringt wird von vielen Häusern. Es ist nicht gerade ein Königshof, oder? Aber eben. Das ist der gemeinsame Toilette- und Duschraum. Da hat es mindestens zehn Familien. Und jede Familie hat vielleicht acht Familienangehörige. Sagen wir mal fünf. Also leben 50 Personen auf einem so kleinen Platz und haben was? Eine Dusche und eine Toilette. Wie ist es eigentlich mit der Trinkwasserversorgung hier? Schlecht, schlecht. Sie müssen hin und da haben sie mal einen Hahn. Wir haben vorher einen gesehen. Aber sonst müssen sie halt ziemlich weit laufen, um Trinkwasser zu holen. Au revoir. Au revoir. Malaria, Aids und Tuberkulose sind hier weit verbreitet. In öffentlichen Krankenhäusern erhält nur Hilfe, wer bezahlen kann. Wenig später. Lottie Latros entdeckt eine Frau mit einer offenen Wunde. Du solltest auf jeden Fall einen Verband machen. Die Wunde kann sich komplett infizieren und dann gibt es eine Blutvergiftung. Du kannst daran sterben. Du kannst zu uns kommen. Wir reinigen die Wunde und verbinden sie. Bist du einverstanden? Es kostet dich nichts. Doch die Frau taucht nie im Ambulatorium auf. Sie vertraue der modernen Medizin nicht, liess sie ausrichten. Am meisten fürchten sich die Menschen in den Slums vor einer Krankheit, die alle nur «La Maladie» nennen. Gemeinte States. Im Jahre 2009 starben im Centre Lesbois jede Woche bis zu fünf Menschen an Aids. Es hat von diesen Frauen vielleicht drei, die überleben. Und die anderen sterben. Sie sind am Sterben. Wie geht es dir? Sie will sich hinlegen. Ich helfe dir. Wir drehen sie ein bisschen. Es ist vorbei. Die Frau hiess Janine. Sie wurde gerade einmal 28 Jahre alt. Lotti Latrus stand schon unzähligen Menschen während ihren letzten Stunden bei. Am Anfang hatte ich mich total gehadert mit Gott. Weil ich ja nicht verstanden habe, wieso er uns jetzt alle die Kinder nimmt. Und alle die Menschen nimmt, alle die Mütterinnen, die Kinder hatten. Und dann merkte ich, dass das nichts nützt, dass das nicht einmal ein Positives ist. Das ist total alles negative ... Negatives. Und dann habe ich gesagt, es ist jetzt einfach so. Und das habe ich in Afrika vor allem gelernt. Alles, was Gott macht, ist gut. Auch im neuen Zentrum befindet sich eine Klinik. Doch Lotti Latrus nennt diese nicht mehr wie früher Sterbespital. Dank besseren Medikamenten überleben heute viel mehr Menschen Krankheiten wie Aids. Du kannst dein Bein hier drauflegen. Ganz vorsichtig. Ist das jetzt einfach ein Liebesdienst oder auch noch medizinisch etwas Wichtiges? Einen Liebesdienst an wer? Oder an mich? An sie oder an mich? Das müssen Sie beantworten. Auch uns beide. Nein, das hat überhaupt nichts mit Medizinischem zu tun. Das ist ein ganz einfaches ... Wenn man sie zu fest berührt, tut sie weh. Also ist es einfach ein Streicheln. Und gestreichelt sind die Menschen ja ... Seit Jahren sind sie nicht mehr geworden, oder? Es reicht es nicht mehr an. Warum denn nicht? Eben wegen Aids. Die Leute haben alle Angst. Man kann es nur nicht gleich bekommen, wenn man einander in die Augen schaut, oder wenn man miteinander spricht, oder wenn man auf dem gleichen Teller isst. Geht es? Mach ich dir nicht weh? Sicher? Es geht mir einfach darum, diesen Menschen die Würde zu behalten. Den Menschen die Würde zurückzugeben. Den Menschen zu sagen, du bist genauso wichtig wie ich. Alles hat ein Ende, sowohl das Gute als auch das Schlechte. Eines Tages wird es dir besser gehen. Mach dir keine Sorgen. Es ist nicht, dass es mir ein gutes Gefühl gibt. Die Leute haben das Recht. Ich muss das machen. Das hat nichts zu tun mit einem guten Gefühl oder nicht. Das muss gemacht werden. Und wenn jemand die Gelegenheit hat, das zu machen, dann muss er es machen. In der Schweiz blieb ihr Einsatz im Slum von Abidjan nicht unbemerkt. 2004 durfte Lottie Latru seine hohe Auszeichnung entgegennehmen. Schweizerin des Jahres 2004, Lottie Latru! Welch ein Moment für eine Frau, die nie einen Beruf erlernt hat. Von da an ist sie eine Ikone der Schweiz. Der Angelpunkt der Familie Latrus war damals ein Haus unweit von Genf. Wenn Lottie in der Schweiz war, kamen jeweils alle zu Besuch. Hier trug sie zum ersten Mal ihren Enkel Sinai in den Armen. Die Familie lebte bis um die Jahrtausendwende in der Elfenbeinküste. Kurz nachdem Lottie ihr Hilfswerk gegründet hatte, wurde ihr Mann Assis von seiner Firma nach Ägypten versetzt. Dort brauchte man die Tunesier als Leiter für ein Ingenieurprojekt. Er und die drei Kinder gingen nach Kairo, Lottie blieb in Abidjan. Eine Entscheidung, unter der sie litt. Was tut da noch weh? Ich konnte es nicht anders machen. Dass ich die Welt treffen musste. Dass ich von meiner Familie verlangen musste, dass wir gehen lassen müssen. Wenn wir alle an dem gleichen Ort leben konnten, im gleichen Haus und in der gleichen Stadt. Das war einfach schwierig. Ich musste verlangen, dass wir gehen lassen müssen. Ich musste Schmerzen zutun. Ich musste sagen, ich möchte nicht mehr mit euch unter einem Tag leben, sondern ich möchte mich gehen lassen. Dass ich egoisch war und so viel verlangte und erwartet habe von ihnen, um mein Eigenlück zu ... ... zu bekommen. Unter der Trennung litt vor allem Sarah, die neun Jahre alt war, als die Mutter ging. Sie hat sich so entschieden. Ich denke darüber nicht nach. Jamais? Doch die Wunden waren damals noch nicht verheilt. Sarah verliess weinend den Raum. Sie war nur neun Jahre alt. Das war sicher in ihrem tiefen Inneren Herzen, wenn es wieder so rauskommt, wie es manchmal eben rauskommt, dass er einfach immer noch wehtut. Es kann sein, dass die Mutter einfach mal nicht da war, als sie sie gerade gebraucht hat. Heute ist auch Sarah Teil dieser Grossfamilie. Sarah kam auch zu uns dazu und hat das total alles akzeptiert und vor allem verstanden. Sie liebt die Kinder genauso wie ihre Brüder und Schwestern. Sie sagt übrigens meine kleinen Brüder und Schwestern. Sie ist auch eingestiegen in die Stiftung. Sie kommt fast zwei, drei Mal, wenn es geht, im Jahr. Es geht ihr gut. Was bedeutet das Ihnen, dass Sarah heute das alles nicht nur akzeptiert, sondern mitmacht? Es war das Letzte, was noch gefehlt hat. Jetzt ist einfach alles perfekt. Bottis Ehemann, Assis Latrus, ist im Hilfswerk nicht nur für das Technische zuständig. Er hat noch weit mehr Fähigkeiten. Sind Sie der Koch hier? Ja. Ich bin der Boss in der Küche. Im Leben ist es nicht wichtig, wer der Chef ist. Es ist wichtiger, eine ausgeglichene Beziehung zu führen, als immer zu schauen, wer der Boss ist. Es ist ein wirklich guter Gefühl zwischen den beiden. Dann versucht man zu schauen, wer der Boss ist, wer der Boss ist. Ist es manchmal schwierig, mit Lotti zusammen zu sein? Sie ist doch sehr willenstark. Ja, klar. Da kommt sie gerade. Manchmal ist es schwierig, aber nicht immer. Es kann. Ich habe gefragt, ob es etwas schwierig ist, mit ihnen zusammen. Mhm. Man fragt sich, mit wem das schwierig ist. Es sind verschiedene Charaktere, und man hat nicht immer die Gleichmeinung, oder? Und, äh ... Aber eben. Jetzt sind wir seit 49 Jahren zusammen, also gar nicht mehr. Jetzt haben wir den Mann kennengelernt. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, können sie sehr stur sein, sagt Assis. Und wenn einmal etwas nicht nach Plan laufen, verliere sie schnell einmal die Nerven. So, jetzt hör auf, filmen. Ich bin jetzt müde. Ich bin jetzt nicht mehr. Weil das Hilfswerk der Schweizerin in den letzten Jahren immer grösser wurde, benötigte es auch mehr Geld. 100'000 Fr. sind es monatlich, die dank Spendengeldern aus der Schweiz zusammenkommen. Lotti Latros beschäftigt heute über 80 Mitarbeitende. Auf sie bin ich stolz. Da kann ich 83 Menschen einen Lohn geben, den sie leben können. Das ist unser Dörfli. Unser Dörfli, wo wir jetzt das Sledgeboot haben, während der Covid. Wir haben es während der Covid fertig gemacht. Das war in der Schweiz. Und ich bleibe da. Und ich bin da geblieben. Und ich habe immer schon immer geblieben. Ich bin sehr schwer verkleidet hin und her zu rennen, um zu schauen, ob alles geht. Und das Dörfli ist für alte oder alte, unbehinderte Personen. In den 13 Häuschen leben etwas mehr als 20 Menschen. Auch diese dreiköpfige Familie hat hier ein neues Zuhause gefunden. Samuel ist gelähmt. Was hat er denn, dass er im Rollstuhl ist? Er ist von einer Kokospalme runtergefallen. Ich bin von einer Kokospalme heruntergefallen. Ich habe heruntergefallen. Was hast du denn auf dieser Kokospalme gesucht? Da kommt Kiskus. Was hast du denn auf diesem blöden Kokosnussbaum gemacht? Das ist eine stupide Frage. Du hast eine Kokosnussbaum gefunden. Du hast eine Kokosnussbaum gefunden. Du hast eine Kokosnussbaum gefunden. Was hast du denn auf diesem blöden Kokosnussbaum gemacht? Ich ... Ich hatte ... ... Hunger. Du hattest Hunger. Du wolltest eine Kokosnuss zum Essen holen. Da wolltest du dich noch eine Kokospalme zu essen. Ich möchte einen Kokospalme essen. Ein Uhrpreis. Bereust du es? Ich weiss es nicht. Nichts im Leben geschieht ohne Grund. Dank dieses Unglücks habe ich Lotti kennengelernt. Es nützt nichts, wenn man es bereut. Man akzeptiert sein Schicksal. 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 Es bedeutet nichts, dass es bereuen gibt. Bereuen bringt nichts. Man muss den Räumen. Es geht nicht. Es geht nicht. Dank Lottis Engagement kann der 29 Jahre alte Samuel nun die Matura nachholen. Mit Spezialfach Deutsch. Ich mag Mama Lottis so gern. Sie ist meine liebe Mama. Mama Lottis hilft mir viel. Viel, ja? Danke an Sie, ich gehe zur Schule heute. Seit der Gründung des Hilfswerks vor 23 Jahren haben Hunderttausende Menschen wieder eine Perspektive gefunden. So auch Bergarbeiter Frank, der bei einem Minenunglück schwer verletzt wurde. Er hat also ein Bein verloren. Er hat nur noch ein Bein. Aber was noch schlimmer ist, dass er seine Wirbelsäule geschädigt wurde. Also er ist heute geklemmt und ein Bein ist amputiert. Voilà. Bleibt er jetzt hier vielleicht in den Dörfern oder was gibt es für Lösungen mit ihm? Nein, es gibt eine andere Lösung für ihn. Weil er unbedingt einen Beruf lernen will. Dann haben wir zuerst ein wenig geschaut, was er am besten machen würde. Aber er hat nicht sehr eine grosse Schulausbildung. Und jetzt hat er gesagt, er würde gerne lernen, die Tuareg Schmuck zu lernen. Und jetzt haben wir also einen Tuareg gefunden, der Schmuck macht. Und er kommt jetzt zweimal in der Woche Unterricht rüber. 68 Jahre alt ist sie inzwischen geworden. Noch ist sie voller Tatendrang und mit Herzblut dabei. Aber auch ihre Energien sind nicht unerschöpflich. Ich werde alt. Ich kann fast nicht mehr aufstehen. Willst du Sie mal kürzer treten? Ja, total kürzer treten. Wenn wir jemanden finden, der das wirklich übernehmen will, der in unserem Geist weitermacht, weil das ist natürlich die Voraussetzung. Dass eben der Geist da bleibt, der so. Als ich das Gefühl habe, wir das Gefühl haben, der Rassist, Marjodyl und ich das Gefühl haben, dass es die Person, auf die, die wir gewartet haben, dann müssen wir diese Person mal einführen. Und das geht nicht so schnell. Das geht sicher ein Jahr. Ich kann mir jetzt einfach vorstellen, jemanden zu finden mit dem gleichen Geist. Das ist ja eine sehr wahnsinnige Aufgabe. Wir vertrauen ihm lieber Gott. Wir vertrauen ihm. Wir vertrauen ihm. Wo andere sich Sorgen machen würden, glaubt Lottie Latrus an eine Fügung des Schicksals. Daraus schöpft sie ihre Kraft, um armen Menschen beizustehen. stocks, um armen Menschen vom Hüter Geburt im Land und durch aufbundet. Das hat sich vor dem Hüter Geburt gewartet. owania